Ich habe dieses Startfeeling, ich bin auf Zusammenhalt vermisst. Drei Minuten sprechen drei Personen über eine Person. Ihr schätzt das ein, das ist einfach raten. Wo sind die, bis ich spekulieren? Ich habe gelernt, tolerant zu sein, offen zu sein. Und ich habe gelernt, mutig zu sein. Der Start ist Gemeinschaft, Mut und Freude.